Moin moin, meine lieben Freunde, hier ist Hamburg. Ein ganz kurzes Vor-Update, bevor das Hauptvideo beginnt. Und zwar, wir haben ein kleines Problemchen. YouTube hat mich abgestraft betreffend einer Urheberrechtsverletzung, weil ich in der Location auf den Kiez Reberbahn hier in Hamburg einige Videos veröffentlicht habe. Nun heißt es, Urheberrechtsverletzung, die Titel gehören mir nicht. Obwohl es eindeutig sich um eine Party handelt. Aus dem Grund seht ihr zwar die Location, aber mit einer anderen Hintergrundsmusik. Unten ist das Video noch einmal verlinkt. Vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt es sehen. Eine gute Nachricht für alle Zuschauer aus Polen. In Polen ist es frei empfangbar. Also, das Video startet jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Und noch einmal, es tut mir leid, dieses ist die freie Version für alle Länder, inklusive Polen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und Vitam hier auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Mal begrüße ich euch mit Moin Moin aus Hamburg. Um was es geht, seht ihr jetzt. Moin Moin zurück Freunde. Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch einmal die freie und Hansestadt Hamburg vorstellen. Wir beginnen mit den Landungsbrücken hier am Hafen Hamburg. Schippern rüber kurz nach Finkenwerder. Von Finkenwerder geht es zurück zu den Landungsbrücken. Dann kleiner Fußmarsch. Binnenalster. Planten und Blumen. Und gelandet sind wir auf der Rewebahn. Was wir da alles so erlebt haben, das seht ihr jetzt. Also, viel Spaß bei dem Video. So, übrigens, Glöckchen drücken, abonnieren, kostet nichts, sind zwei Mausklicks. Wir sehen uns dann nach den Videos und Bildern wieder. Genießt die Bilder und Videos. Wir sehen uns dann gleich. Wie ist die Fähre mit dir gekommen? Kehr wieder. Das ist die Übersetzung in Italien auf Deutsch. Kehr wieder. Kehr wieder. Ja. Oh,也是. Ja. Also, die turned. Alle, 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 alle. Kopf anziehen, runter, was geht es über Bord? Was? Was hat das? Was hat das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020